Musik Morgen, schaut mal, was mir hier zugelaufen ist. Eine Aufgabe für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen. Hinter mir, ahnt ihr schon mal, was das ist? Also auf jeden Fall steht schon mal früh drauf, das heißt eine Gulaschkanone beim Kölner Karneval. Und jetzt machen wir sie fertig, eine Progress-Gulaschkanone oder Feldküche mit drei Brennern, drei Töpfen oder drei Kessel. Die wird jetzt fertig gemacht und dann kommt sie in Einsatz. Seid gespannt. Ansonsten mit dem Henry, mit dem Ford geht es weiter, wenn ich die Elektrik bekommen habe, wenn ich die Batterien bekommen habe und die Wechselrichter und das ganze Zeug, was dazu gehört, dann geht es damit weiter. Jetzt haben wir mal eine Feldküche. Also. Musik 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 Musik